So, wo rennen wir denn überhaupt hin die ganze Zeit hier? Komm, das nehmen wir jetzt hier. Bandit, Bandit Technical hier. Du kannst doch eh nicht ordentlich fahren. Ja toll, wenn uns beide auf die Ladefläche setzen. Dann können wir natürlich hier auch eine ganze Weile bleiben. Was mache ich jetzt? Halt, 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 Steben bleiben. Ich kann das Seed. Halt, 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 Halt. Garners Seed. So? So. Bam, so jetzt. So, und jetzt fahren wir genau bis hierhin. Ich bin mit dem Auto nämlich, glaube ich, nicht travelen. Doch, haben wir schon mal herausgefunden, dass das geht. Achso. Konnte man doch travelen. Dein Gehirn ist löchrig von dem Hobbitkraut. Das Hobbitkraut, welches, was? Du brauchst zu viel Hobbitkraut. Und die sollen wir jetzt mit Pizza rauslocken, da hinten? Irgendwie das Gefühl, dass ich mich zu leise aufnehme. Ich weiß es nicht genau. Ich mach einfach mal lauter, ne? Ja klar. Mieter drin, umso besser. Ja. Ja eben, eben, eben. Da waren wir schon mal drin. Da waren wir schon mal ne? Da müssen wir nicht hin. Da müssen wir nicht hin. Die haben wir schon mal alle umgebracht, oder? Ja. Da muss ich auch nicht hin. Da müssen wir nicht hin. Cancel. Vielleicht müssen wir doch da hin. Wer weiß das schon so genau. Ne, ich würde sagen, wir müssen da nicht hin. Sonst hätte der Wegpunkt nämlich dorthin gezeigt und das tat er nicht. Tschüss. Ach, schade. Siehst du, jetzt zeig ich dann nämlich wieder da drauf. Das heißt, ich fahr erst mal kurz dagegen. Das Auto lenkt sich im Kacken anders als das andere. Ja, ist klar. Du hast ja sowieso von Autofahren nicht die leiseste Ahnung. Das hast du ja schon mehrfach unter Beweis gestellt. Oh Gott, dieses blöde Amateurgebäsche jetzt wieder. Denk dir was an für ein Vernünftiges aus. Wenn du mir wehtun willst, dann... Ja, das ist, glaube ich, schon die falsche Richtung, die wir jetzt fahren. Ja. Ich weiß. Achso, machst du mit Absicht, ja? Dumm geboren und dann nichts dazu gelernt, ne? Wollt mich nur mal ein bisschen hier, äh, umschauen. Ja, aber warum müssen wir denn dann jetzt... Müssen wir hier vielleicht doch wieder da rein. Wie konnte man denn... Wie hupte man denn nochmal? Z, glaube ich. Machen die dann auf hier, die Tröten? Oder sind die einfach andere Tröten? Ich glaube, das geht einfach auch so. Du hast nur drauf gewartet, dass ich aussteige, ne? Im Grunde genommen... Alter, also tot sind sie nicht. Okay, ich guck mal, was hier so ist. Ich bin ich denn jetzt. Ich glaube, ich bin hier irgendwo, wo ich nicht unbedingt sein sollte. Ja. Ähm... Ich glaube, ich bin hier irgendwo auf dem Gletscher rum. Also ich bin auch irgendwo, wo ich nicht sein soll, aber... Und ich kriege witzigerweise die ganze Zeit XP hier. Dum 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 dum. Schatz, aber ab! Das klappt noch eins. Huiii! Stirb, Mold! Krass aus, auch wirklich keine Minute zu früh. Warum? Oh, was will der denn hier? Weil ich fast kaputt gegangen wäre. Bad Mold. Oh! Oh, der hat mich aber mächtig erwischt mit seinem... ...so einem Gerät. Ähm... Das finde ich irgendwie falsch. Ich mach mich kaputt. Ich lauf mal kurz weg. Du lebst noch, ne? Na ja. Ja, ich leb noch. Ist doch ganz gut dann. Was ist er denn? Aufs Schild schießen bringt gar nichts, ne? Genau. Also gar nichts, gar nichts. Denn da muss man eben schon auf dem großen Zeh schießen und jetzt... Boah! Der ist doch noch flingend, dafür, dass er so fett ist. Ja, stimmt. Er ist so ein Spitzenraubtier, ne? Oh, er ist ein bisschen so aus, als hätte er tatsächlich doch ein Loch im Schild. Aber... Ich brauche da ein bisschen Energie. Oh, jetzt kann ich ihm grad schön in den Arsch schießen. Und ich hier nix ins Köppchen. Sehr schön. Guck mal, hier können wir ihn immer schön hin und her drehen, ne? Jawoll. Ah, keine Ammo mehr. Boah. Genug. Gibt nur für die eine Waffe, keine Sorge. Oh Gott. Ein Scharpschützengewehr hat nur mal am meisten Damage gemacht. Da brennt er noch ein bisschen. Oh, jetzt habe ich dafür keine Ammo mehr tatsächlich auch. Oh, da ist er. Wir haben dann doch. Ein bisschen Illyrien fallen lassen, ne? Ja, ja. Meins. Meins, deins, unsers. Ja, ja. Guck mal, das Fass ist fast kaputt. Ach, lass mich doch in Frieden mit deinem... Oh, mein Freund. ...deinem Weicheigedöns, oder? Ach, das ist doch alles unfair. Hier müssen wir rein. Nur weil du so einen Raufbold wieder spielst. Gibt es hier noch irgendwo Munition und so ein Zeug? Gibt es doch bestimmt noch was zu plündern, hä? Ja, bestimmt. Plundering. Plundering. Meine Flunder. Oh, hier habe ich noch was gefunden. Alter, was für eine krasse Waffe ist das denn? Alter, die ist ja mega heftig. Die ist ja krasser als alles, was du jemals in deinem Leben... Was hast du? Nix. Bisschen Muni. Zirpende Grille? Ja, genau. Die Grille. So, das war schon mal eine schöne Tracht-Munition. Ich habe mich gerade letztlich beim Leer eigentlich... Ich muss mich mal ein bisschen gerade hinsetzen. Wenn ich so mache... Ach, ich kann ja meine Munition quasi selber aufladen sogar. Fällt mir gerade mal wieder auf. Das geht mit deinem komischen Berserker-Modus, ne? Ja, ja. Da kriege ich einfach wieder mehr. Boah, schön. Und voll unrealistisch. Überhaupt nicht. So, da drin geht es wahrscheinlich nochmal wieder gut ab, ne? Das heißt, wenn ich jetzt... Warum macht das jetzt bei mir noch Pling? Ich habe das noch extra alles ausgeschaltet gerade. Dachte ich. Was macht denn Pling? Google Hangouts. Ah. Pling. Macht's. Pling, 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 Pling. Boah, ich bin schon echt ein bisschen müde. Ich wollte Nacht wegen der Wärme insgesamt ungefähr fünf Stunden schlafen. Ja, wir haben ja auch schon heute Morgen um sechs Uhr die erste Konferenz abgehalten, ne? Ja, das stimmt. Hättest du auch nicht damit gerechnet, dass ich zurückschreibe, ne? Ne, eigentlich nicht. Pling, 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 Pling. Ich muss das ein bisschen... Pling, Pling. Pling. Wollen wir kurz Pause machen? Ne, ach. Wenn es jetzt überhand nimmt, dann vielleicht, aber... Von zwei Plings lass ich mich doch nicht... Alter, du bist so... Dreckiges, unsgemeines... Fürchterliches... Person. Was ist das denn da überhaupt? Ist das, äh... Fast? Achso. Äh, 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 äh... Trippe. Trikster-Health. Trikster-Class-Mod. Ammo gibt's hier. Guck mal. Guck mal. Ich hab Geld ohne Ende irgendwie. Ja, Geld hab ich auch genug. Full. Full. Ja, ich bin auch fast fuller mit allem. Was hab ich eigentlich noch für Waffen? Aber trotzdem kann ich die Sachen hier aufsammeln. Ich bin gleich gar nicht so sicher, was ich noch für Waffen habe, sag mal. Sag mal, hab ich noch diesen Raketenwerfer? Den meinst du? Genialen Dispatch. Ach ja, das Ding hab ich ja auch noch. Komisch, ich konnte die Munition eben trotzdem einsammeln, obwohl ich voll bin angeblich. Wär das vielleicht ein anderer Munitions-Typ? Nee, 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 nee. Das ist Sniper-Munition. Okay. Hab ich ganz genau drauf geachtet. Und... Hä? Warum brechen ich denn nicht... Ähm, was nehm ich denn mal? Alter, was hab ich denn hier für komische Pistolen und alles? Tausend? Ach so, das ist der Raketenwerfer. Ach komm, ich probier das Ding nochmal aus. Welches Ding denn? Ups. Nee, Moment, das wollte ich nicht. Ah! Stopp. Warte. So. Und so. Äh, das... Dieses kleine Gewehr hier. Ich fang schon mal an hier, ne? Oh, das macht schon ordentlich Schaden, dein Schild. Mein Schild? Ja. Ja. Wenn du angegriffen wirst, dann kriegen die Leute doch Schaden. Das ist doch der Schild. Ich hab gar nicht davon mitgefunden, dass sich keiner angegriffen hat. Ja, von der Seite. Das rotzt allerdings hier auch die Munition nur so raus, dieses Teil hier. Schon ein bisschen krass. Krass. Das ist schon ein bisschen krass. Meins. Smash. Huff. So. Du warst wieder so gelöst, das auch zu machen hier. Was? Sind da noch große Menschen? Was? Das ist totgefallene Robotervieh vielleicht. Oh. Loader, AI-Kreer, Myth-Item. Ich schieße, ich schieße. Ich elektrisiere die Leute ein kleines bisschen. Ja, die Geräusche kamen von dem... Schon wieder so einer mit dem Schild. Boah. Ey, Tasche hier. Ja, macht's auch. Der Kind hat auch kein Pardon, ne? Nee. Zeig. Oh, hab ich ne Granate geschmissen oder was? Nee, das war der Geist. lifisch. Fang. Awww, offjima! Du bist echt wirklich leid! Ein Kleid! Halt! Was? Mha cheare! In... ...install A... ...ai core. Ja, den AI-Core... ...bust... ...ok. kein backup von dir in dem fall nicht jetzt auf uns schießt schießt du damit aber gar nicht so gut ja es ist nicht so einfach sehr schön so dass noch ein spaß verschossen oder das ist die nur zwei stück drin wenn das leer ist dann schießt er quasi waffe und zieht sie neu sagen das magazin dass er da das habe ich wohl gesehen weil die oder ist denn hier wo wir weiter ich habe schon neue raketen gefunden alles klar ein schild das kann ich nicht mitnehmen brauchst du neues schild die lichten interessant das vielleicht wie viel war das macht ja da reduces max hell 167 ich schaue es mir mal kurz an